Hallo, hallo, hallo. Was geht? Ja, ne, Verkleidung, ich hab vergessen den. Titel anzupassen. So. Das sollte jetzt passen. So. Ich wollte mit Bloodmagic loslegen. Und. Ja, mal gucken, wie das Ganze läuft. Okay, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ich will erst mal den Bereich da auffüllen. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ja, ich soll mal den Rucksack entleeren. Ich soll mal den Rucksack entleeren. Oh, ich hab kein Dörd mehr. Okay. So. Jetzt einfach mal Gravel. Jetzt ist die Frage, wie baue ich das am besten? Ja. So. So. Ich. So. Wenn ich das hier eher hier setze. Da den Mittelpunkt von. Mittelpunkt von 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 ähm. Bloodmagic-Sätze. Dann guck ich einfach mal wie ich das ganze mache. Bloodmagic-Sätze. Okay ich glaube ich weiß was ich als Rezept haben will und zwar goldene Karotten. Ähm einfach aus der Tatsache geschuldet dass die relativ gutes Level geben. Äh. Carrot. Und ich bin am überlegen noch Häuser-Modium zu machen. Und ich bin am Tag. Oh. Ah. So. Oh, das sollte ja hinkommen. Ähm, ich will aber mal eben gucken. Oh, all Symbodium Bees. Was brauchen die denn? Das sind Ancient und Witherbees. Skeleton. Wie viele Skeleton haben wir denn? Was kriegen wir denn von den Babies? Bizarre Skyship, okay. Okay. Cage? Äh. So. Können wir noch eine Wither? Oh, ich hab's gerade noch wirklich. Ich hab's gerade noch. Ancient. Robes. Äh, Speed. Speed. Ich muss das hier unbedingt mal fertig bauen. Ach wie hieß denn das andere noch... äh... Point brauche ich noch... und Pipes... ...dass alles schon ins System reinkommt... Oh... Ich hätt's nicht auf Public setzen sollen... Dann muss ich doch hier eben auf Public setzen, damit's leer gepumpt wird... So... Top... So... Was brauchen wir denn für... Also all... Sechs Stück... Dann gucken wir gleich noch nach Vibranium was wir da brauchen... Ähm... Eine Ancient und eine Draconic... Das ist ja auch relativ easy zu kommen... Und dann brauchen wir das hier noch... Kommt, dann holen wir eben, bevor wir mit Blood Magic weitermachen, noch eben Vibranium... Gucken wir mal bei Black Angel in das Portal rein... So... Oh oh... So... Wo finden wir Vibranium? Zu Beginn eigentlich... Oh... Okay... 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 Any Biome... Y64... Jetzt ist die Frage. Natürlich, ähm, funktioniert das unter Shadern oder nicht? Oh ja, funktioniert darunter. Hm. Okay. Wir haben jetzt 6. Damit sollten wir einen Block hinkriegen. Dann bin ich davon, aha. Oh ja. Oh, also Modium hat ja natürlich noch richtig hübsch geleuchtet. Aber, ja. Okay, gucken wir weiter. Und das andere ist The Other, das wird auch mal sehr interessant. Oh. Oh. Damit könnte ich 2 Blöcke herstellen. Das sollte mir reichen. Oh. 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 Zeit. So productive. All right. Okay, dann können wir uns jetzt plötzlich angucken. Also Modium, das habe ich. Okay. Bloodmagic. Den habe ich auch gebaut. So. Ups. Oh Gott. Hier viele. Okay. So. So. Blood. Und eine Soul Snare. Wir müssen String in den Altar legen. Dann brauchen wir ein paar mehr. So. Wir müssen ein Demon Will. So. So. Okay, dann können wir eine Hellfire Forge bauen. So. 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 Ups. Ups. Hallo. Man hört dich nicht, falls du dich wunderst. Ich habe dich nicht, falls du dich wunderst. Das war's. 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 So, wie macht man jetzt Arcane Ash? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hätte ich mal direkt drauf kommen können. So. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann Hellforge. 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 Okay. Okay. Ich bin nicht jetzt als mich zu lassen. Also, ich... Ich bin nicht als mich zu lassen. 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 Oh, okay. Ich bin nicht als mich zu lassen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Huh. Stufe 2 braucht 5000 LB, habe ich drin. Ich weiß nicht, was ich drin ist. Totally just for cooking. I don't know. Okay, warum das denn da noch geschickt ist? Guck mal, wir nehmen das Buch an. Guck mal. Okay. So, achim. Okay. Okay. Wie gibt es hier viel Kram? Okay. 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 Kann ja nur anstrengend werden. Okay. 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 Das war's für heute. Z-R-T-S-H Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kriege ich? Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kriege ich so süper Siehne? Wie kriege ich? 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 So Moin Sachsenstein äh, soweit ganz gut. Ich versuche mich gerade an Bloodmagic und nebenbei versuche ich, ähm, eine andere Sorte von Bee zu bekommen, als die, die hier gerade sich ablegen. Ja, genau. Bei dir? Ja. So, Bloodmagic... Okay. Okay. Das freut mich. Hast du schon mal mit Bloodmagic hier gearbeitet? In Minecraft? Okay. Okay. Oh. Ich mal vor Jahren und ja, seitdem nicht mehr. Also deswegen wird das gerade echt interessant für mich. Ähm. So, ich brauche noch einen. Okay, gut. Okay. René JFK heißt der und Calvin suckt. Danke fürs Follow. Genau, die beiden sind die, äh, die das Projekt aktuell leiten. Ist aber keiner davon online. So. yeah. Okay. So. Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das passt Excellent Ne, hatte ich nicht Schade, dass man von dem gerade nichts gehört hat Dann hätte man dem Vielleicht ein bisschen was zeigen können Sachen geben können So Connection passiert, kriege ich jetzt Das sind Altarstufen zu sehen Okay 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 Ja, habe ich gerade gemerkt Das ist echt schade Aber Ja Kann man nichts machen Ist der denn gerade live auf Twitch oder YouTube? Was bist du? Wieso wurde die Giga-Bean nicht gefangen? Oh Gott Woher kommt denn Ashybeas? Oh Ich hätte Dirtmaster Bones Dirt Dirt Ja Ja, ich stream aktuell Nur auf Twitch YouTube könnte man auch noch ausprobieren Und das dann alles parallel laufen lassen Aber das hier haben wir ja aktuell gebaut Als wir Oder in den letzten Streams Ja Dankeschön Dankeschön Ja, das war Sehr viel Arbeit Und jetzt muss ich mich vom ganzen Bauen und so weiter ablenken Und mal ein bisschen was anderes machen Weil ich habe irgendwie vier Streams oder so Nur gebaut Und hier Sachen versucht zu verkleiden Und das ordentlich gemacht Und das ist Ja Das hat ein bisschen an den Nerven gezehrt Das ist Ja Ja Das ist Es ist ein Rund of Ipe gain from getting blood from players. Was ist das so? Gain from Tanging Blood away from non-player entities each. Gives... Swords. Shhhhhh. Shhhhhhhhhhh. Shhhhhh. Shhhhhh. Not T K Wow, fuck him. I'll give some of this fuel. It has a shot. Dead head. Shot. Just trying to stop doing edge of the tower field. Sulturation. Dungeon. Keys. Pass with some seal. I'll find keys. And exit through the hidden access to evil, the bloodlamp. Launcher blood light for your host. The other thing is is to access him. To access him. Ok. Kapacity Ah, okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, er wollte sie ja. Oh, was ist das mein Ding? Das muss. Er wollte es hier. Er wollte es hier. Er wollte es hier. Er wollte es hier. Das war's für heute. Archimie-Table, ok. Ok, das brauchen wir noch, bevor es sie geht. Ok. Aber wir können gleich mal eben nach unseren Schokolade-Mining-Bee Okay, so. So, B? Dracomek? 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 Oder... Damit sollten wir ordentlich euer Modum bekommen. Oh ja. Oh. 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 Wieder, äh, machen wir denn die Asche. Da. Redstone. Äh, äh, ash. Äh. Jo, viel Spaß dir noch und einen schönen Tag noch. Danke, dass du da warst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, also immer zuerst die, okay. Wird das abgeschlossen? Wird das abgeschlossen? Uh. Wird das geschlossen? Oh. Wird das geschlossen? 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hm. Das wird... Untertitelung des ZDF, 2020 So, black So, oh So, oh Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das hat geklappt. Das ist natürlich die Frage, ob das dann auch weiterhin klappt oder ob ich jedes Mal bei einem Upgrade den einsetzen muss. Das war's. 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 Das. Ja. Kabel. Input. Importer. 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 Uh. Redstone. 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 Geist. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. Stone. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. So, das will ich jetzt. So. Oh, 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 oh. Und? Also... Chest is an item, we create, export single, create insert. So, das sollte ja klappen. Blatt. Oh. 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 Wie heißen die Teile? Oh. 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 Es ist ein bisschen schön. Okay. 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 Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Okay. Ups. Ich sollte auch mal aufpassen, was ich mache. Ich habe mich schon immer aufpassen. Okay. 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 Ah, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Hi, was geht? Ich versuche gerade Bloodmagic umzusetzen. Ich bin aber hart überfordert. Ich will das hier automatisieren, aber das klappt nicht so ganz. Okay, ich sollte glaube ich den mal ausblenden. Ja, muss ich auch. Also da bin ich noch ein bisschen hart am gucken, wie man das macht. Ich bin so froh, dass es hier den... Wie heißt das gleich noch? Mit den Questbooks und so weiter. Ich bin so froh, dass es hier ist. 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 Und wie lange hast du dafür gebraucht, das alles fertig zu kriegen? Also welches Level hast du da bei Big Reactor jetzt? Ich bin so froh, dass es hier ist. Oops. Okay. Ich bin so froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok... ... 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ja, das hab ich mir fast gedacht. Das andere hört sich nach ein bisschen Arbeit an, aber machbar. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice So, was brauche ich denn für die Rooting Nodes Okay Hast du schon mit Nodes gearbeitet? So, was ich denn für die Rooting Nodes Ah, okay Weil Oh Ah, hier sieht man, wie viel der haben will Okay Dann bauen wir uns jetzt eine Wie kann ich denn demonic will Automatisieren Minecraft Blood Magic Demonic Will Automatisieren Die Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Tutorials dafür sind ja schonmal völlig krass. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Oh Gott... Oh Gott... Okay... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moin So Untertitelung des ZDF, 2020 Ending ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. wie viel brauche ich denn 5 plus 4 okay ich muss noch ins asa dann klicken wir da doch hin Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kable Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh And Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit sollten wir jetzt Nether Stars bekommen. So, jetzt können wir uns um die Oblitz kümmern. Oblitz. So, wir haben Gelb, dann brauchen wir die noch. Und die. So. 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 adaş epic. Welches Upgrade, oder meinst du jetzt beim, ähm, bei Bloodmagic? Um, ähm, bei Bloodmagic? Meister Soul? Oh! Okay... Okay... Ja, das kommt dann im nächsten Schritt, wenn ich die Farm wieder fertig habe. Weil die hatte ich gedacht für, ähm... Es gibt hier ein... Gross-Ding. Ähm... Vielleicht kann man das da nutzen. Ja... Den hier... Komplett... Hast du den unter deinem Dach da versteckt gehabt, oder wie? Ja... 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 Ach, der ist voll. Leider. Ach, du warst das. Okay. Die Arbeit war sehr anstrengend heute. Dankeschön. Ich hatte auch schon was gesehen. Ähm, was ich auch noch machen wollte. Und zwar diese, ähm. Hämatophagus. Ist nur die Frage, wie ernähren die sich? Ich habe nämlich gerade ein cooles Ritual gesehen. Äh, nicht Ritual, sondern ist zwar hier völlig katastrophale, ähm, wie heißt das gleich noch? Katastrophale Quali. Aber anscheinend kannst du zwei Rituale übereinander bauen. Darunter machst du einen Mobgrinder oder irgendwie sowas oder was anderes. Und dann wachsen diese Kristalle, die dann automatisch abgebaut werden. Und die können dann über diesen Crystallizer, äh, verarbeitet werden. Also das sah ganz interessant aus. Das könnte man vielleicht unter die, äh, Mobfarm setzen oder so. Ach, verdammt. Oh. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich hatte auch geguckt. Am einfachsten geht das wohl mit den Nodes hier direkt. Aber dafür brauchst du halt, wenn du hier mal guckst, 400 Will. Das ist halt echt übertrieben viel. Das ist halt echt übertrieben. Das ist halt echt übertrieben. Wenn du eine andere Methode findest, das zu machen, dann wäre ich höchst begeistert davon. Dann würde ich mir das nämlich einmal abschauen. Weil mit Xnet funktioniert das nicht sehr gut. So, ich will aber mal was ausprobieren. Wenn ich den jetzt entferne... Geht das so raus? Ja, das wird direkt rausgesackt. Was total kacke ist. Geht das so rausgesackt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay, das klappt. Okay. 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 Hm. ATM9 hat auch Quest, ja. Hm. Das sind aber nur so ein paar Quests, ne? Also. Hahaha. Ja. Ja, ich weiß, aber was ganz oft passiert ist, dass du nur die Experience von einigen Sachen bekommst und überall wo du einen Reward hast, einige funktionieren nicht. Und dann sind trotzdem alle Quests noch offen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, bereiten wir mal alles vor. So, bereiten wir uns. Ehh Ist mein Flux-Network-Player? Au. Der war falsch. Deswegen funktionierte das auch nicht. Moment. Äh, ne. Äh, X-Net. So. Okay. Äh, können wir schließen. Ja. Das können wir auch schließen. Ja. Und jetzt erstmal vor Energy. Create Export. Create Insert. Und hier machen wir Fluids. Create. Create Insert. Und hier machen wir. Create Export. So. . Auch. So blöd. 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 Oh nein. Ich weiß auch nicht, ob du, ähm, hier, wie heißt das gleich noch, ob du, Moment, so. Ich weiß nicht, ob du hier über die J-Config irgendwie auf dem Client hier dann die Größe einstellen kannst. Es kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, in was für einer Auflösung du aktuell spielst, weil ich spiele auf WQHD. Oh! 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 Vielleicht gibt es da besser verständliche Einstellungen als die INI-Dateien, die man dann verwenden kann. Oh! 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 Ehm, Momentu... Ah, Mist. Incubator, zwei Stück. Treat. Okay, Crystalline Beasts konnten wir herstellen. Crystalline, Crystalline, Crystalline. Productive. So, dann gehen wir mal Calvin beglücken. Puri-san? 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 Ja, ja, ja. Tja, sowas passiert, wenn man AFK ist. Okay, dann muss ich die wieder zurücknehmen, nochmal Treats. Oh, kacke. 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 Das ist die Folterung der Bienen. Man hört sie feierlich im Hintergrund sterben. Wir packen da jetzt noch ein wenig Glasbottles dazu, weil die braucht man leider, um die Gen-Samples zu bekommen. Und ja, die werden jetzt hier nach und nach platt gedrückt. Wir kriegen die Gen-Bottles, glaube ich. Oh, die jagen sich direkt in die Zentrifuge rein. Okay, super. Dann müssen wir hier mal gucken, wo die genau landen. Das gucken wir uns aber später mal an. Aber so läuft das hier erstmal alles ab und wir kriegen auch viel zu viele Bies da drin. Ja, aber es läuft. So. Äh. Indexer. External Storage. Ein Lever. Den machen wir erstmal auf Insert Organe. Not Exact. Set. Ja. Hier oben. Exporter ran. Okay. Ex... Exterminate. Oh, White List. Verdammt. Äh. Exterminate. Oh. 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 Also, alles was dort adult ist, wird extractet und kommt in rein. Alles von hier wird extractet und kommt hier rein. Es kommt dann hier in die, in die da rein, alles von hier wird exportiert und kommt hier rein. Dann haben wir noch den Energie-Crate Extract in Sylt. Okay. Dann kommt hier Pipes. Okay. 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 Well done. Okay. So. So, ich mache create, extract und ich mache create, insert, das heißt der hier sollte auch voll sein, voll werden, ok. Okay. 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 Wait. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, also dann müssen wir hier noch ran. K.A.G.E. K.A.G.E. Okay, jetzt wird es fasziniert. Also. Okay. Child, Adult. To create. Create. Und hier. Create. Create. Export. Alles was da drin ist wird exportiert. Hier kommt. Create. Insert. Der. Stang. Hier. Create. Insert. Das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben keine Hosen mehr. ETF? Hatten wir davon echt nicht mehr so viele? Hallo? Hallo? Ich fahr der Meinung, wir hatten 7000 Stück. Ich fahr der Meinung, wir hatten 8000 Stück. Okay. So. Verdammt, hab das abgeschlossen. Das hat ja auch noch gespürt. Okay. So. Great. Export. So. 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 Sieh... Okay. 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 Und den hier. Was muss ich hier? 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 Das war's für heute. Oh mein Gott. 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 Okay. 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 Hä? Oh mein Gott. 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 Und... Oh mein Gott. 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 Oh. Oh mein Gott. 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 Oh. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.